Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Manga Chapter Video und zwar sind wir jetzt bei Chapter 252 und starten jetzt ins Video ein. Aran punktete ja zuletzt mit seinem Aufschlag, das war das zweite Ass, also der zweite Ass Aufschlag der Inarisaki und es steht jetzt 7 zu 4 für die Inarisaki. Darauf folgend nimmt Karasuno jetzt ihre erste Auszeit und der Trainer der Inarisaki sagt dann zu Azumu, dass sein erster Aufschlag ja nicht so gut war, wie wir uns erinnern können, damit, dass er durch den Jubel ja abgelenkt wurde. Alles klar, Azumu? Die Inarisaki fängt dann wieder an mit ihrer Blastkapelle und Tanakas Schwester Saeko legt mit ihren Freunden auch los und alle sind am Staunen, das ist wirklich einfach nur krass. Hinata und Nishinoja sind so beeindruckt und freuen sich so, dass sie sagen, dass es so cool ist, dass sie sterben werden und Daichi antwortet darauf, dass es wohl eine neue Todesursache sein wird. Okay, Herr Taketa und Ukai sagen dann auch, dass sie echt froh sind, dass Saeko es geschafft hat. Die Auszeit ist nun vorbei und Ojiro Aran ist nun mit seinem zweiten Aufschlag dran. Shimata meint aber Saeko, da sie echt spät dran sind und diese entschuldigt sich gleich und meinte auch, dass sie auf dem Weg zu dem Spiel sich verirrt haben und wird dann auch gleich gefragt, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass sie vielleicht bis 5 Uhr morgens wach war und getrunken hat und sie antwortet aber gleich darauf, dass sie bis 5 Uhr wach war und getrunken hat, sie aber trotzdem pünktlich losgefahren sind. Ojiro Aran schlägt währenddessen seinen Aufschlag und Tanaka schafft es gerade noch, diesen anzunehmen. Kageyama macht sich bereit zum Zuspiel und springt hoch und spielt dann gleich zu Hinata und dieser punktet auch. Saeko ruft dann, los geht's und sie fangen an zu trommeln und feuern Hinata an, dieser ist sowas von beeindruckt. Jetzt ist Hinata hinten und mit dem Aufschlag dran. Tsuki kommt rein und Nishinoya geht raus. Also wir haben jetzt diesen Wechsel halt. Shimata sagt dann, dass die ideale Situation während der Aufschläge gut ist, wenn die Umgebung völlig still ist, aber es wäre auch gut, wenn sie nicht mehr unfreiwillig in den Rücken, wo es der Inarizaki reingelockt werden würden. Und es muss nicht unbedingt ein unermesslich lauter Lernen sein, der die Geräusche der Gegner völlig übertont. Es muss einfach nur was sein, was die Ohren der Spieler, also bei den Aufschlägen erreichen kann, sodass sie nicht nur allein durch den Beat, sag ich jetzt mal, der Inarizaki etwas anderes hören können. Jetzt bekommen wir einen Rückblick zum Match gegen die Shiratorizawa von Saeko, wo sie sagt, dass ich damals echt sauer war, dass ich ihnen nicht helfen konnte. Und sie macht sich auch Gedanken darüber, dass sie vielleicht diesen kleinen Gören nicht mal eine große Hilfe sein kann. Und meint dann, dass sie von sich aus ja weitermachen, egal was passiert. Also egal, ob Saeko jetzt spielt oder nicht, die Spieler der Karasen werden sowieso weiterspielen und alles geben. Deshalb werden wir uns damit begnügen, hier nur die Atmosphäre zu verändern, wenn auch nur ein wenig. Eine von Saekos Freundinnen fängt nun an, Flöte zu spielen und die anderen fangen an zu trommeln. Hinata ist jetzt so gepusht davon, dass er meint, dass es sich so anfühlt, als könnte er jetzt einen unglaublichen Aufschlag machen. Hoshiyumi sagt dann, dass Inarizakis Provokationen Karasenus Nummer 10 überhaupt nicht aufgeregt haben. Es sieht eher so aus, als ob Hinata lächelt. Und Hirugami fragt darauf, was er wohl für einen Aufschlag machen wird. Einen Sprungaufschlag oder einen Flatteraufschlag? Ja, und Hinata macht natürlich seinen normalen Aufschlag und der Blick von den beiden... Oh man, oh man. Und Hirugami sagt dann, dass es ein ganz normaler Aufschlag ist. Ara nimmt den Ball an und die Inarizaki startet ihren Schnellangriff. Azumu springt gleich hoch zum Zuspiel und Renomimi und Jin machen sich beide zum Angriff bereit. Es war aber eine Finte und Azumu spielt zu Jin, wo Tsuki und Daichi gerade noch so hinkommen. Und Hinata merkt selbst, dass es ein Schnellangriff von der Seite ist und Tsuki und Daichi nur mit ihrem Block die Diagonale decken und frontal niemand steht. Hinata versucht den Ball anzunehmen, bekommt ihn auf den Fuß und alle sind erstaunt und der Ball hat nicht den Boden berührt. Nur Hinatas Fuß bzw. Schuh und das ist erlaubt. Azumu sagt darauf auch gleich, what the heck und scheint nicht allzu erfreut zu sein. Hinata sagt darauf verärgert, nicht schon wieder und er wusste doch, wo der Ball hingeht und warum seine Hände den Ball nicht annehmen wollten. Die Shinoya sagt dann, dass es eine süße Positionierung von Hinata war. Äh, okay. Die Karasuno startet nun ihren Angriff, Kager macht sich zum Zuspiel bereit, Hinata macht sich zum Sprung bereit und sagt noch, dass seine Ähre jetzt wiederhergestellt wurde. Hinata springt im Minustempo, doch der Ball geht nicht zu ihm, sondern zu Daichi, der er punktet. Saekos Gruppe feuert nun mit allem, was sie haben, Daichi an, der von der rechten Seite gepunktet hat. Die Kommentatoren antworten auf den Spielzug mit, ehrlich gesagt, dachte ich diesmal würde der Spielzug wieder mit Hinata Shoujo eingelegt werden. Und die Narizaki scheint sich auch bewusst gewesen zu sein, dass das Zuspiel natürlich auf Hinata geht. Man kann auch völlig verstehen, warum es so aussah. Damit steht es jetzt 6 zu 7 für die Karasuno und Karasunos gute Stimmung ist wieder zurück. Ja, das war es auch wieder mit dem Manga Chapter Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wie immer Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge für andere IQ-Formate habt, lasst es mich wie immer in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich bin raus und ciao.